Hallo Leute, grüß dich YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video meiner Alasius-Niger-Kolonie. Im letzten Video hatte ich einen ziemlichen Schrecken bekommen, wo ich gedacht habe, oje, haben sich meine Ameisten eventuell vergiftet. Allerdings habt ihr mich da beruhigt und habt mir gesagt, nee, das sieht da ganz normal aus, das habt ihr auch manchmal so bei euch. Deswegen konnte ich mich da wieder ein bisschen entspannen und anderen Sachen widmen, wie zum Beispiel den Aufbau hier jetzt ein bisschen verändern. Das habt ihr jetzt direkt gesehen. Ich habe nämlich das Reagenzglas mit dem Schlauch hier mit dieser Tuberdose verbunden. Tuberdose gab es irgendwann mal im Supermarkt als Beigabe und ich zeige euch jetzt mal, was ich hier vorbereitet habe. Und zwar könnt ihr hier sehen, dass ich hier ein bisschen Sandlehm reingetan habe. Entschuldigung wegen der Reflexion da drin, das ist kein Dreck da drin, das ist jetzt einfach nur ein bisschen beschlagen von innen. Und am wichtigsten wohl habe ich hier drin so einen kleinen Flaschenkopf draufgetan. Flaschenkopf? Ne, eigentlich nicht mehr genau, wie das hieß. Plastik-Kronenkorken. Keine Ahnung. Und wo ich ein bisschen die Watte drauflegen kann, um denen das Zuckerwasser anzubieten und eventuell ein paar Fliegen, wenn es denn Zeit ist. So, jetzt machen wir das ganze ein gutes Stück mal auf. Einen Moment. Und da sind wir wieder. Ich habe jetzt mal den Deckel gelüftet. Und direkt an dem Deckel will ich euch etwas zeigen. Und zwar, ich versuche das mal ein bisschen klarer hinzukriegen, habe ich hier jetzt so eine Gummidichtung. Die ist zwar super, um Lebensmittel eventuell zu schützen, allerdings ist sie sehr problematisch für die Ameisenfarm hier. Aus dem einfachen Grund, dass wenn der Deckel aufliegt, das Ganze hier luftdicht verschlossen ist. Das ist deswegen problematisch, weil ich ja hier meistens, ja sagen wir mal, eine Flüssigkeit drauf habe. Das ist recht trocken. Die und im Nest ist sowieso eine Flüssigkeitsquelle, weil das Ganze da mit dem Wasserreservoir angeschlossen ist. Und das Ganze hier wird dann richtig feucht. Das Problem ist dann langfristig, dass die Ameisen gerade so in der Luftfeuchtigkeit schwimmen. Jetzt momentan hat sich das stark gebessert. Aber ich sage euch jetzt einfach mal ein bisschen, wie das von innen aussieht. Das hier ist übrigens ganz schön hart geworden über die Zeit. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit hat sich das Ganze mit dem Wasser vollgezogen, das ganze Leben. Das ist jetzt nicht so optimal, aber kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Das soll ja eigentlich auch eher ein Provisorium sein, dass die hier, wie ihr seht, so ein bisschen die Überreste von Fliegen ablegen können und vor allem hier eine Futterstelle haben. Genug jetzt aber von diesem Aufbau. Ich zeige euch jetzt mal die guten Ameisen selber. So, dafür drehen wir die jetzt hier, ziehen wir die ein bisschen rüber. Was sich hier zeigt, ist, hier seht ihr euch da sehen, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist. Dass dieser Lehmring, den sie hier angebaut haben, mittlerweile schon so durchnässt ist, dass der eigentlich permanent, ja, feucht ist. So sieht das jetzt aus bei den Lieben. Huch, die sind ja ganz schüchtern momentan. Man möchte sie schon fast Sorgen haben. Allerdings geht es denen gut, die haben sich eben noch bewegt. Wahrscheinlich haben sie jetzt ein bisschen zu viel gehabt mit den ganzen Hin und Her. Ja, einen Moment. Ich mache mal die Arena auf der einen Seite zu. Nicht, dass sie dann währenddessen noch einen Fluchtversuch unternehmen. So. Da kann man sie jetzt ein bisschen besser sehen. Die Königin, gut eingekerbt. Und dann liegt sie hier oben auf den Eiern einigen Kokons. Und ich muss sagen, da ist einiges dazu gekommen. Lass mich mal kurz probieren, ob ich das ein bisschen drehen kann. Da sieht man es da ein bisschen. Den kleinen Berg, auf den sie da sitzt. Eine interessante Sache. Ist ein bisschen natürlich unscharf. Hier. Könnt ihr unten sehen. Na, einen Moment. Könnt ihr unten sehen, dass das mittlerweile auch hier dunkel geworden ist. Ich frage mich, ohne dass ich die jetzt zu sehr erschütter. Ich frage mich, ob die tatsächlich hier ein bisschen rangegraben haben. Das würde erklären einige von den leichten, flauschigen Watte-Zeugs, was sich links abgelagert hat. Ob die hier jetzt einen kleinen Tunnel drin haben, der natürlich schön feucht ist, aber gleichzeitig auch immer näher an das Wasserreservoir rankommt. Ich hoffe, dass die da nicht die Eier ertränken drin. Ich frage mich, ob ihr es bei euch ebenfalls in den Reagenzgläsern mal so gehabt habt. Bitte schreibt mir es in die Kommentare rein, ob euch sowas bekannt ist. Langfristig werden sie wahrscheinlich eh nicht darin glücklich werden. Jedenfalls nicht mit der Luftfeuchtigkeit. Deswegen muss ich da was ein bisschen unternehmen. So, hier könnt ihr jetzt aber wie gesagt sehen, dass da einiges gut an Eiern vorrätig ist. So, dann stellen wir sie gerade mal ab. Wie gesagt, das mit dem Deckel ist natürlich ein kleineres Problem bei uns. Deswegen werde ich das wahrscheinlich auf eine Art lösen müssen, indem ich hier in dem Deckel ein paar Löcherchen reinmache. Oder wahrscheinlich eine größere Fläche hier so im Zentrum rausbohre oder irgendwie raussäge. Mal sehen, vielleicht einmal anbohren und dann mit einer Stichsäge durch. Um dann hier diesen, ich weiß nicht mehr, wie man das heißt, dieses Drahtgitterchen zu massakrieren, rauszuschneiden. Und das dann hier oben draufzukleben, damit sie einen stetigen Luftaustausch prinzipiell haben. Und damit die Luftfeuchtigkeit sich auch nicht so staut. Das ist jetzt mein Plan für die nächsten Wochen. Also das mache ich jetzt eigentlich direkt morgen. Aber das werdet ihr erst dann in ein paar Wochen sehen, wahrscheinlich wie sich das verbessert hat. Leute, das war es von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!